Ja Moinsen Leute und Willkommen zu richtig FIFA Let's Play FIFA 16 Ja es geht wieder weiter und ja als letztes war es mal wieder soweit Wir haben unsere so tolle Serie jetzt nicht mehr, aber das ist ja dann halt auch mal so So ähm ja vor zwölf Stunden ist das letzte Spiel gewesen, ihr habt auch so gedacht so what Aber so ist es, vor zwölf Stunden, da müsste man sich ja schon fast überlegen wann, wie, wo, weshalb, warum, wieso, weshalb Ähm ja vor sechs Minuten, also äh da hatte jemand glaube ich heute einen rahmenschwarzen Tag in der Saisonpokal gehabt Und auch bei Saisons äh drei Spiele verloren, ja aber sowas kann halt vorkommen würde ich mal sagen Ähm sieht hier stark nach Damenfußball aus, China und Kanada sieht stark nach Damenfußball aus Aber naja äh oh das gegnerische Team kenne ich noch nicht mal Woher kommen die denn? Hm Keine Ahnung Auf jeden Fall, ich hab keine Ahnung Was ich nämlich gesehen hab, weswegen ich jetzt hier überhaupt nichts gerade gemacht habe, warum ich da bin Ist hier wieder ein Geschenk von Let's Play Big Boss ne Einen herzlichen Dank dafür Äh drei neue Trikots Äh ja Warum auch nicht würde ich mal sagen Und diese drei neuen Trikots werden wir direkt schön in unsere Vitrine stellen und wieder weitermachen So Äh ja Vitrine Ist auch eine interessante Sache Äh ja ich bin jetzt wieder frisch von der Arbeit wieder gekommen Sagen wir es so rum Und Nehmen dann gleich wieder auf ne Morgens als ich hier los bin zur Arbeit Hab ich aufgenommen und als ich wieder hier war auch Es ist echt Äh es ist Man könnte echt mich schon fast als hier als Suchti bezeichnen Aber das ist egal Ich muss leider ein bisschen voraufnehmen fürs Wochenende Denn am Wochenende ja da bin ich schon wieder auswärts Das wird wieder lustig Ähm Äh bin ich auswärts Ja Und das äh beim Blooper Guy Mhm Bei dem bin ich Wir werden So das ein oder andere privat Spielen Und wahrscheinlich wird er mir auch einige Tipps und Tricks Hier nochmal bei Ultimate Team sagen Zeigen Whatever So Hier das Team das haben wir als letztes gespielt Es wundert mich schon dass es immer noch drin ist Kann aber sein dass es im Laufe Dieser äh jetzigen Session Sich ändern sollte Ich glaube die haben wir noch sogar frisch noch geändert Weil wir gesagt haben so Ja sieht stark nach Änderungen aus Was mir nämlich eingefallen oder aufgefallen ist Theoretisch können wir auch auf der linken Seite Äh jemanden anders hinstellen Wie ihn hier zum Beispiel Einfach nur wegen der Chemie Dazu äh würde ich mal sagen Würde ich echt mal sagen Dass wir eventuell den einen oder anderen Vertrag verlängern sollten Ja Challenge hin oder her Ja wir haben aber ja Verträge Wir haben insgesamt 24 Verträge Das sind nicht gerade wenig Wir haben 5 99er So diese 99er habe ich ja schon ganz oft erwähnt Und werde ich auch immer wieder nochmal erwähnen Diese 5 99er werden für was anderes verwendet Denn wir haben hier ein Team Das Quad Dream Team Das Team Aufbau Team Das ist das Team was äh dabei ist Ich habe nämlich mal gesagt Falls ihr euch nochmal schwach dran erinnern könnt So im Hinterkopf irgendwo da ganz verstaubt oder sowas Naja wo schon lehrende Gene schon wieder kommt Ähm da habe ich gesagt Wenn wir hier alle Spieler haben sollten Hier wirklich alle Spieler Werden wir ein Matchday machen Mit diesen Spielern Dann spielt ihr gegen dieses Team Ja es ist nur ein 78er Team Come on ganz ehrlich Ähm also theoretisch Wie könnt ihr mir helfen bei sowas Äh im Endeffekt eigentlich fast gar nicht Könnt ihr mir jetzt sagen So von wegen hier Wie ich am günstigsten an diese Spieler rankomme Theoretisch Wäre halt furchtbar nice Wenn ihr das machen würdet So äh dementsprechend Wir versuchen es einfach mal Wir haben Ich habe ja schon öfter gesagt So von wegen Wir können ja den ein oder anderen Spieler Versuchen hier zu kaufen Äh und ich möchte ja möglichst günstig die kaufen Weil es ja eigentlich Ähm am sinnvollsten ist Die jetzt nicht überteuert zu wollen Äh linker Mittelfeldspieler Wäre auch gut Wäre für uns super geeignet Äh die sind aber schon ganz schön Die kosten ja schon ne 350 Aber ich glaube schon fast Dass 350 Äh im Endeffekt noch im Rahmen ist Oder Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Dafür brauche ich leider eure Hilfe Ähm Irgendwelche Spieler Könnt ihr mir liebend gerne Nämlich in die Kommentare posten Äh wie das denn aussieht Mit den Spielern die wir hier äh vorliegen haben Welche Spieler Also wie gesagt Mein Wunsch ist Diese elf Plus diese Ersatzspieler zu haben Schreibt mal bitte Also aus meiner Sicht Wenn ihr gegen mich Matchday haben wollt Ähm Ultimate Team Like Schreibt mir bitte Für wen ich wie wo Schnell kriegen kann Aber jetzt nicht Durch Da musst du Packs öffnen Packs öffnen Packs öffnen Äh nee das bringt eigentlich Im Endeffekt nicht viel Weil äh ne Ja den da oben Hat mir der Bluepacker Auch schon erzählt Der Grizzmann Den kannst du äh Über Laien kriegen Aber sagen wir mal so Über Laien Gut und schön Aber Nee So Also wie gesagt Wenn wir die kriegen sollten Die Spieler Das ganze Den ganzen Kader Kriegen sollten Werden die alle Gespickt mit 99er Verträgen Ähm Und dann werden wir Da werde ich gegen euch Matchday Irgendwann mal machen So Ja ich weiß Das Team ist vielleicht Nicht positiv Also so extrem Gut aufgestellt Mh Aber wir können ja Gegebenenfalls Dann noch einige Franzosen Hinzufügen Passt ja auch schon dazu Palizio passt mal Überhaupt nicht dazu Ja ich weiß Aber Palizio ist Unser äh Capitano Wenn im Endeffekt Äh da vorne mal Irgendwie was sein sollte Unser Ersatzstürmer So Dementsprechend Das wäre dann äh Für Den Matchday Weil ich hab ja gesagt Kategorisch eigentlich nein Aber sagen wir so Ich habe die Möglichkeit gegeben Wenn ich diesen Spieler Kriegen sollte Dann werden wir Auch das machen So Apropos Wir werden das machen Wir müssen demnächst Irgendwann mal Online Saison machen Ja ist richtig Wir werden diese Saisonspiele Wahrscheinlich Anfang des Monats Immer machen Weil dann haben wir ja noch Fitte Spieler Und dann haben wir noch Wirklich Die Oberpro Dinger So ist das jetzt aber Aktuell kaum möglich So Wir können theoretisch Jetzt sagen So von wegen Eigentliches Spieler Weil wir haben ja jetzt Die letzte Saison abgeschlossen Ja mehr schlecht als recht So da können wir natürlich Dann jetzt gucken Wie Das Denn hier Aussieht Also Äh Wir haben Zum Beispiel Eine Leihspieler Belohnung Und Bronze Sets Dann haben wir hier Eigentlich im Endeffekt So ein Konfusium Aus Mannschaften Die Ja Ich glaube damals Als Ultimate Team Gemacht worden ist Ja sah das hier alles Ein bisschen anders aus Was auch noch Völlig interessant ist Ist Dass im Endeffekt Die Meisterschaft Weniger wert ist Als der Aufstieg Klar ist das Ein Bronze Vertragsset Aber come on Ähm Dann haben wir Den schottischen Pokal Ja Sieht zumindest von der Der sieht zumindest Von den Mannschaften her Schon interessant aus Dann haben wir Den Chile Pokal Der sieht schon mal Von der Münz Anzahl Am interessantesten Zumindest aus 2900 Coins Für den Titel Dann gibt es hier Anschließend noch Das letzte Wo es ein Bronze Set Geben sollte Gucken wir mal da Da haben wir Dreimal Profi 2 Dreimal Weltklasse Einmal Profi Dann wieder Weltklasse Und dann zweimal Profi Hm Ist natürlich so eine Sache Ne Wir können theoretisch Äh Da jetzt hier einiges Anrichten So Wir brauchen 16 Punkte Wir gehen einfach mal Wir gehen einfach mal durch So Beispielsweise Wir holen jetzt da oben Äh Was Wie viele Punkte holen wir dann Vielleicht Neun So Dann haben wir immer noch neun Dann haben wir Vielleicht zehn Dann haben wir Vielleicht zehn Dann haben wir Dreizehn Dann haben wir Vielleicht Vielleicht vierzehn Und dann haben wir Siebzehn Ja Äh Vielleicht nicht die optionalste Beste Option Wobei dies hier würde ich sagen Da kommen wir locker durch Da würde ich mal sagen Ja nach sechs Spielen sind wir durch Und dementsprechend würde ich es echt nehmen Das wird hier nicht groß Challenge machen Und so Ähm Und echt darauf plädieren Ja Bronze Set Das ist ja die Frage Dieses Bronze Set Ne Wie viel bringt das Bronze Set uns ein Es würde uns natürlich Wenn wir jetzt rückwärts rechnen Vorwärts rechnen 3200 Nein Gegenüber 2900 Also die beiden Die beiden Come on Die können wir ausschließen Ähm Ich würde sagen Wir nehmen den Chile Pokal Und sind dann dabei Mit diesem Chile Pokal Ich weiß Viel Gelabere vorher Äh Und dieses Viel Gelabere Bringt aber noch was Denn wir haben ja Ich habe ja noch eben gesagt Dass wir noch äh Verträge haben So Ich würde mal sagen Den werden wir wahrscheinlich echt Also das ist Völlig idiotisch Wenn wir ihn nicht verlängern Es ist einfach so So Das ist aber nur die Frage Wie viel wir ihn verlängern wollen Ähm Weil theoretisch Ich würde eher sagen Wir gehen auf 13 Spiele Ähm Da ich denke Dass wir ihn wahrscheinlich Öfter benutzen Aber jetzt nicht so benutzen Dass wir ihn jetzt durchgehend Noch benutzen Also 29 Spiele Wie gesagt Wir rechnen ja immer hoch Insgesamt hat der Monat Circa 30 Tage Und wir sind jetzt Wenn ich jetzt auf den Kalender gucke Ungefähr am 14 Äh Also Eurem Fall ist es der 15 So Das heißt 15 Spiele spielen wir noch mit ihm Und dann ist vorbei So 13 Dann haben wir ihn einmal Setzen wir ihn einmal aus Und er hat durch Dementsprechend Wir verlängern ihn Und er darf dann hier Als linker Ersatzspieler spielen Äh Was hier mit den anderen Spielern ist Das ist halt Eine andere Sache So Der Keeper Das hat mir der Blubberguy Nämlich auch erzählt Jetzt Vor kurzem Ähm Der Keeper hier unten Der ist so genial Den musst du dringend verlängern Den Wenn du den nicht verlängerst Den wirst du wahrscheinlich Auch beim Matchday Und alle möglichen Kram benutzen Den musst du dringend verlängern Wirklich dringend Ja Und die Frage ist jetzt Wie hoch Wir können theoretisch ihn auch darauf verlängern Klar Aber Ich glaube wir haben so viele Torhüter Dass wir sagen Okay Wir können die auch mal rotieren lassen So Sonst haben wir halt das große Problem Dass wir grundsätzlich Viele Probleme haben Und diese Probleme werden wir jetzt zeigen Los geht's mit dem ersten Spiel Ähm Des heutigen Tages Apropos heutiger Tag Ich habe ja vor einiger Weile angekündigt So von wegen Livestream Und sonst was Ähm Jo Wird es noch geben Ich würde auch echt sagen Dass wir hier auf Profi gehen So Damit alle wissen wie spät es ist Es ist jetzt circa 19 Uhr Es ist eigentlich im Endeffekt Gerade momentan draußen Sehr regnerisch Also ich mich wundert Dass das das Internet Das aushält Aber okay So Wir gehen auf Profi Natürlich können wir Äh Natürlich wenn jetzt Der ein oder andere sagt so von wegen Jo Ich bin doch Halbprofi Kannst doch Halbprofi machen Ja Also Ja Diese Ja Diese Ja Das könnte ich machen Aber ganz ehrlich Warum Ich frage euch gerne nochmal Warum Äh Keutze ich hier gerade Den Keut Ähm Falls ihr das erinnern könnt Ja Die Niederlande Ist aus der Europameisterschaft Ausgeschieden In der Qualifikation Dafür sind meine Favorisierten Isländer dabei Was ich viel viel geiler finde Ähm Ja die Türkei mit direkter Qualifikation Musst du jetzt so oder so sehen Also ich persönlich sehe das ja eher Äh Äh Als Bereicherung an Ähm Ja die Türkei ist zumindest ein Team Was sich im Laufe des Turniers Entwickeln kann So wie Deutschland halt Ähm Mal gucken wie sie sich entwickeln Erst recht mit den Spielern Die sie jetzt aktuell haben So Das würde ich mal sagen Sieht gelungen aus Ist jetzt nicht das Beste vom Besten Aber ich würde mal sagen Okay wir waren schon mal besser Wir waren schon mal besser Auf Platz 1 ist Na wer ist auf Platz 1 Richtig Let's play Big Boss Ich glaube Äh Der müsste jetzt schon mittlerweile Hier mit mir zusammen kommentieren Wenn du drauf Bock hast Nee nicht zu kommentieren Sondern Kommentare hier zu schreiben Hau rein Hau die Kommentare in die Tasten Ähm Ja Weil ich Jetzt ehrlich Also so Ne Aber andersrum Dafür müsst ihr eben Wenn ihr da draußen zum Beispiel seid Könnt ihr auch Selbstverständlich hier Diese ganzen Skillspiele machen Und dann euch da sozusagen Hoch Pushen Und dann immer mal wieder Hier sozusagen Einen Gruß abliefern Also ihr kriegt dann Einen von mir Einen Gruß Oder so Okay es ist nicht viel wert Aber trotzdem Aber im Endeffekt Bleibt im Hinterkopf Ihr bleibt im Hinterkopf Ne Ich glaube es sind mittlerweile So 4-5 Leute Die jetzt auf dieser Liste drauf sind Äh Auf meiner Freundschaftsliste Ähm Die jetzt Äh Mit dem ich jetzt Noch nicht so Gespielt Noch nicht so So intensiv geschrieben habe Einen herzlichen Gruß An den Flui Von hier Ähm Spannischen Zuschauer hier Welcome Und so Und Ähm Jo Los geht Das Spiel So kann es gehen Äh Wir spielen Eigentlich unserem Souveränen Trikot Ähm Ja Ganz viele Ganz viele Fragen Habe ich jetzt Unter dem Tag So Weil Äh Ja ich bin Als ich heute wieder zurückgefahren bin Deutsche Bahn und so Kacke Veranstalter Ähm Naja ich wollte nach Hause fahren Was ist Na Richtig Das Tor Das 1 zu 0 Nein das ist es nicht Aber ganz ehrlich Ja 1 zu 0 Im letzten Spiel haben wir das irgendwie nicht drauf die Reihe gekriegt das Tor Und jetzt kriegen wir das mal sowas von souverän hin Ich Ich Dreh am Rad Äh Und nicht am Glücksrad Ähm Ja so ist das manchmal So was wollte ich jetzt Ach ja Die Freunde von der Deutschen Bahn Äh Bin ich mit dem Zug gefahren in Richtung Lübeck Ich muss ja in Richtung Lübeck Leider Ich arbeite ja in Hamburg Äh Ähm Jo was war Gegenstände waren auf dem Gleis Wir haben knapp eine Stunde Da gestanden Jo Ja Dementsprechend bin ich jetzt erst da Und dementsprechend Also das ist natürlich keine große Freude Das doofe auch dabei Halbwegs Halbwegs doofe dabei ist ja im Endeffekt Äh Wenn du Wenn du mit Deutschen Bahn Nicht damit schwerst Kriegst du glaube ich irgendwie 1 Euro oder sowas Irgendwie so war das Normalerweise kriegst du 50% Aber dadurch dass ich eine Abo Karte hab Äh Ähm Ne Ist das natürlich ein bisschen was anderes Was ich aber tierisch idiotisch finde Weißt du Der eine so Der andere so Der eine kriegt 50% Der andere kriegt Äh Ja 1 Euro Hä hä Weil das ja öfter passiert Hä hä Ja Ist richtig Ähm Aber das ist eben die Deutsche Bahn Und Ne So wie die Deutsche Telekom Ist auch nicht mein Freund und Helfer Aber andersrum Hey die Deutsche Telekom Jetzt Ich hab so viele negative Werbung Von der Über die gemacht Jetzt darf ich auch mal positive Werbung machen Denn Die haben sich bewegt Jawohl Die haben sich in meine Richtung bewegt Unglaublich oder Äh Ich hatte ja schon öfter Ich hab ja schon hier bei diesem Let's Play gezeigt So von wegen Mh Leistung Internet Mh Ja Mangelware Die haben jetzt mir eine neue Internetleitung Für denselben Preis angeboten Ja ist kein Scherz Bessere Leitung Äh Jetzt anstatt eine 14.000er Eine 26.000er Und Selber Preis Alles das gleiche Und wenn das jetzt immer noch nicht klappt Dann weiß ich auch nicht Aber wahrscheinlich haben sie sich auch so gedacht So von wegen Meine Fresse Dieser komische Typ da Aus Schleswig-Holstein Der ruft da fast jedes zweite Mal an Beschwert sich Üh Meine Internetleitung geht wieder nicht Dann machen sie mal Verbindungstest Und dann macht's Du 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 Weil die Verbindung dann wieder Abgestürzt ist Ja Es ist immer das gleiche mit diesem Schmodder Also es ist echt unfassbar Aber hey Die Telekom hat sich auf mich bewegt Hat gesagt so von wegen Jo Machen wir Kriegst das für dieselbe Leitung Normalerweise ist das so Mich hat ein Vertriebler auch mal angerufen So von wegen Selbes Angebot Äh Bloß nicht mit selben Preis Sondern halt Das Doppelte Bezahl mal das Doppelte Jo Hau weg Ne Anstatt die Die 29 Euro Ne So nicht Du bezahlst hier locker 50 Dann kannst du mitmachen Ist richtig Natürlich mit Allnetflat Und alles mögliche Also wenn schon Dann richtig Natürlich Internetleitung ist Ist 14.000er Wahrscheinlich für euch So eine Lachnummer Aber ich wohne ja auf dem Dorf Äh Dann ist es Dann ist es immer ein bisschen Was anderes Ne Also auf dem Dorf zu wohnen Ist immer Immer was anderes Natürlich Man kann auch eine 100.000er Leitung haben Und blablabla Ganz ehrlich Ich bin ja nicht jetzt so Jemand der sagt so Hey Ich muss jetzt die beste Leitung Ever haben Ähm Und dementsprechend Deswegen dauert das auch Mit meinen HD Aufnahmen Manchmal Also wenn ihr dann so Tage habt Wo dann gar kein Video kommt Äh Das liegt an der Leitung dann Dass die Leitung so schwach ist Aber das weiß ich Und dementsprechend Lade ich ja über die Nacht hoch Das heißt Das im Endeffekt Theoretisch Wenn über die Nacht Es ein Problem gibt Ja Beispielsweise Weil das Internet Abgekackt ist Oder weil Was weiß ich Passiert ist Dann sieht das immer Ein bisschen anders aus Dann habt ihr die Videos nicht So Wenn das aber klappt Dann seht ihr ja Wie zum Beispiel Gestern Ne Einwandfrei Video ist da Video ist online Mit meinen Ach so tollen Kommentaren Und Ja So Natürlich Ist ja ein bisschen doof Hier jetzt auf 1-0 zu spielen Aber ich sehe schon Dass wir im Endeffekt Äh Zwar hier auch durchkommen Aber Irgendwie anscheinend Das Pech wieder gepachtet haben Also es sollte jetzt schon In Richtung Nach vorne gehen Aber Ja Genau das meinte ich Mit nach vorne Dann klappt das Will eventuell nicht So Der war gut Der war gut So Ja Ich weiß Hätten wir auch anders Annehmen können Aber ich glaube So ist das In Ordnung Oh Oh Schade Fast das 2-0 Ja Normalerweise Hättest du auch Eigentlich flanken können Wieder Zurück rüber Aber Ich denke mal Das war so in Ordnung Ja Hätte er den Hätte er den Bisschen mit Efe Noch getroffen Wäre er reingegangen Würde ich mal so sagen Bisschen Efe Klappt schon So Äh Kommentare Ja Ich freue mich immer sehr Über eure Kommentare Egal wie Egal was Selbst diese Selbst wenn ihr nur schreibt Nice Ich freue mich drüber Wirklich Ist ohne Witz Dann weiß ich zumindest Hey Ich darf so weitermachen Ich muss nicht Ich muss nicht in meinem Kämmerchen sitzen Und sagen Verdammt Niemand mag mein Video Ja Ähm Ja So Und ich glaube genau deswegen Weil es halt Äh Auch wenn das idiotisch Für den einen oder anderen ist Aber im Endeffekt Äh Jeder Kommentar ist immer hier Herzlich willkommen Auch selbst negative Kommentare Finde ich auch super Weil dann kann ich Entweder mich darüber lustig machen Und Oder Sie kritiktechnisch Aufnehmen Ja Ja zum Beispiel Ganz lange Zeit Wurde halt gesagt So von wegen Uh du spielst ja keine HD Jupp mach ich nicht Weil mir die Möglichkeiten Nicht gegeben worden waren Jetzt ist mir die Möglichkeiten da Weil mein alter Rechner ja Ähm Momentan Verarbeitungsfehler hat Und dementsprechend Hab ich dann gedacht Ach komm Ich kann da jetzt nicht nur Also ich kann ja zwar Weiterhin auf meinem alten Format Aufnehmen Ja Aber dann hab ich vielleicht auch Auf meinem alten Format Irgendwann so Blöckelne Blö Blö Dass ich mir Äh Dass ich dann Meine YouTube Karriere aufhören muss Jupp Und das wollen wir nicht Keut Trifft 2-0 Danke Weiter geht's Muss ich meine YouTube Karriere aufnehmen Weil der Ton nicht mehr aufgenommen werden kann Und ich ehrlich gesagt Nicht Großartig Momentan Eine andere Möglichkeit habe Ein ordentliches Programm zu nutzen Außer Ja Richtig Den Audio Recorder von Windows XP Jetzt ist das Das ist nicht Das ist kein Scherz Ich benutze Stand jetzt Den Audio Recorder von Windows XP Ja So läuft das Und ich glaube Ihr hört meinen Ton noch Äh Okay Er ist nicht Er ist schon seit Jahren Nicht unbedingt Das Nonplusultra Ich weiß Aber Andersrum Hey Ihr hört mich Und das ist die Hauptsache Äh Weil Es ist ja auch so Äh Daraufhin wurde mir so gefragt So von wegen Hey Du machst das doch jetzt bestimmt Nur wegen Äh Wegen Geld Und sonst was Ähm Ja Ich überlege mal Wie viel ich in den letzten Jahren Verdient habe Ja Ich glaube so viel schenke ich euch Nämlich null Ich habe nichts verdient An diesen Videos Gar nichts Überhaupt nichts Nothing Gar nichts Ich habe nichts verdient Und dementsprechend Äh Sind wir dabei auch geblieben Also Es ist jetzt bis jetzt immer noch so Dass ich nichts an diesen Sachen verdiene Nichts Weil ich mache es immer noch aus Spaß Ja zwischendurch wird immer mal wieder irgendwelche dämliche Werbung unten eingeblendet Liegt daran dass ich Äh YouTube Partner bin Und äh Als YouTube Partner äh Dazu nicht jetzt verpflichtet bin Äh Aber im Endeffekt Google und alle möglichen Services Das gerne sehen möchten Dass man Werbung da schaltet Damit man weiter im Ranking oben stellt Und Und im Endeffekt sehe ich davon keinen Cent So Und wir führen hier mit 2 zu 0 Und das ist die Hauptsache Unser Gegner ist mal sowas von komplett aufgeschmissen Und äh Ich finde das super So Apropos ich finde das super Zu den Kommentaren wieder zurück Selbstverständlich ähm Auch positive Kommentare bei Shit 2 Äh Letztens hatte ich einen Kommentar Nämlich äh Heute Morgen Heute Mittag Habe ich den gelesen Ähm Dort stand zum Beispiel als Tipp Dass ich mir ja diese Coins Updates Holen könnte Wie zum Beispiel hier 10 Matche mit 1000 Coins Dass ich einen Abschluss 1000 Coins kriege Ähm Hat der Bluebagger mir auch erzählt Äh Ich würde aber ehrlich gesagt sagen Diese Ähm Sachen würde ich Eher aufsparen Auf Monate Wo man sich so denkt So Oh das kann echt Nur nach hinten losgehen Wird wahrscheinlich eher so in Richtung Äh Schwierig Ne Also Profi Klar packe ich hier noch Das seht ihr ja Äh Aber wenn es Weltklasse wird Dann wird es äh Heftig Dann Wird es äh Nicht gerade mehr so Dass ich hier sage Hey Das schaffen wir im Alleingang Dafür brauchen wir die Coins So und dementsprechend hoffe ich natürlich Dass wir sehr viele davon kriegen Und dementsprechend auch sehr viele Boosts kriegen So Wahrscheinlich werden wir dann auch darauf hin Zum Beispiel auf diese Idee Von wegen äh Wir können ja dann den 1000er Boost holen 1000 Mal Der 1000er Boost für äh Zum Beispiel 5 Spiele Dann könnte man sich einfach von diesem Boost Dann Abschluss nach 5 Spielen ein Gold Pack holen Und wir können ja mal einfach gucken Was denn in diesem Gold Pack dann drinne sein sollte Und vielleicht ist das ja das ein oder andere wichtige Schöne Ding drinne Was wir ja noch eventuell brauchen Und Oder Wir machen das wie ich erwähnt habe An Anfang dieses Teils Äh Wir kaufen uns die Spieler Für Matchday Ähm Ja Ihr werdet der Ihr werdet dann wahrscheinlich Obermäßig Doll Toll Spiele haben Mit 80er Wertung Und hast nicht gesehen Und ich werde viele viele Spiele verlieren Aber come on Äh Ich hab doch schon bei Matchday gesagt Es ist nicht schlimm Wenn ich Dinge verliere Es ist ein bisschen ärgerlich Aber es ist nicht schlimm So Okay Das war jetzt ein dämlicher Kopfball Wir müssen aber auch Ich muss auch gleich nochmal gucken Äh Bevor ich den Wohl Wir gucken einfach gleich mal Wie es aussieht Vielleicht gibt es nämlich gleich noch Die Möglichkeit Für Das nächste Match Nämlich morgen Seht ihr ja morgen Das nächste Match Ähm Dann ging das wahrscheinlich Vielleicht Eventuell Maybe Das Ultimate Team Team Das Team der Woche 5 Äh Was ja immer wieder Mittwoch erscheint Und Das Gegen 19 Uhr Ich bin mal Ich bin mal echt gespannt Wer denn dabei ist Also Ihr wisst es ja da draußen Wenn ihr es schon gesehen habt Äh Ich noch nicht So Es gibt Einwurf Der Gegner möchte wechseln Das darf er auch Er darf ja hier so viel wechseln Wie er will Wir wechseln grundsätzlich Er weniger ein Denn uns geht das mit den Verträgen Dann Wir sind dann zur Neige Äh Ich habe auch unter anderem Mich mit dem Kevin darüber unterhalten So von wegen Ultimate Team Ähm Ja Er ist dann davon nicht so der Fan von Weil Verträge Man kann auch Spieler so oft einsetzen Wie man will Aber eigentlich dann doch nicht Ähm Ja Wenn du keinen Vertrag hast Hast du Kannst du Äh Popo lecken Ne Und das ist natürlich nicht das wahre Ne ne Aber andersrum Hey Das ist hier jetzt die Challenge Und Wer dran Bock hat Auch teilzunehmen an dieser Challenge Natürlich Ihr könnt jederzeit Äh Selbstständig diese Challenge Auch bei euch mitmachen Äh Die Regeln dieser Challenge sind eigentlich relativ einfach Die kann wirklich jeder mitmachen Ähm Ihr könnt jetzt nicht in diesem Let's Play mitmachen Obwohl theoretisch schon Wenn ihr da drauf Lust habt Und wirklich diese Challenge Wirklich macht Und äh Alles Ähm Ja wie gesagt Wenn Ich werde das ja dann erst machen Wenn wir das Team komplett haben Ähm Ihr versucht dann euch Mit den Münzen die ihr habt Mannschaften zusammenzustellen Es kann Es kann halt auch mal sein Dass ihr so So in Engpässen gerät Und dann Nur in An- und Abführung Vier Ähm Prämier Vier 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 Bronzesets nur kaufen könnt Natürlich Das kann sein Das soll eigentlich nicht sein Aber das kann passieren So Ihr müsst auf jeden Fall glaube ich Mindestens Mindestens Im Endeffekt 44 Spieler besitzen Wäre sehr sinnvoll 44 Warum Wieso Weshalb Naja Man rechnet mal hoch 7 pro Vertrag Ähm Also 7 7 hat 1 Spieler pro Dings Ungefähr Ungefähr Und Ja Keeper und so Wären halt sinnvoll Wenn ihr mindestens 4 haben würdet Wenn ihr 5 habt Ist natürlich besser Ne Ihr wisst ja Bescheid So Ein Wurf Wir führen jetzt 2-0 Ich find's genial So darf das liebend gerne auch in dieser Liga weitergehen Dass wir hier wirklich Äh Schade Dass wir hier wirklich auch souverän das Ding durchziehen Eventuell Wirklich mit diesen Vielen Vielen Punkten Vielen Möglichkeiten Und alles Im positiven Bereich Noch 8 Spielminuten Wir müssen jetzt einfach mal gucken Wo wir denn hinspielen können Äh Ja Wie gesagt Nächster Matchday Die Frage kam ja Kommt ja immer wieder gerne auf Ähm Wann können wir denn gegen dich zocken Immer Matchday Immer gerne Matchday Wie die Regeln dazu sind Erzähle ich euch Natürlich im nächsten Teil In diesem wird das jetzt noch nicht erzählt Weil Regeln sind Sagen wir mal so Für Neulinge vielleicht noch ein bisschen komplex Aber für Alte Veteranen hier Also ich würde mal schon Also die sagen Die auf jeden Fall schon bei FIFA 15 hier dabei waren Kann man schon verhalten Obwohl das wäre ein bisschen zu früh Aber die schon Ähm Die schon mich in Aktivität bei FIFA 15 Äh Ultimate Team Als das hochgeladen worden ist Da Ungefähr Ja also davor Also Ja Also die schon am Matchday teilgenommen haben So Die wissen ja wie die Regeln sind Nicht die die sich angemeldet haben Das sind andere Die die sich angemeldet haben Sind ja nicht die die da waren Das ist auch voll traurig Wenn man das mal überlegt Aber hey Ich erzähle euch die Regeln später Aber Regeln sind eigentlich relativ einfach Okay Und dann haben wir ja auch noch ein bisschen Aber als dann gesagt worden ist Ja das Spiel wird nicht geupdatet Danach war es runter Weil im Endeffekt Das Spiel hat eigentlich im Endeffekt So ein Diesen klassischen Äh Hänger halt kurz vor dem letzten Teil Vom Hobbit So und der fehlt Und das ist eben traurig Und Ich war enttäuscht Und alles Und dementsprechend Wenn es irgendwann dieses Update geben sollte Dann werden wir es hier machen Aber sonst Nur das als Beispiel Das ist eins der Beispiele Die Mit den Sachen so Montelivo ist Spieler des Tages Das ist sehr schön Unser Gegner Es ist auch lustig Im Endeffekt Mir hat er mir Ja Erzählt Wenn da kein Bild ist Dann gibt es diesen Spieler nicht Also die Alle Spieler die auf dem Feld waren Gibt es nicht Ist auch gut Ist auch nice Also 483 Coins haben wir gekriegt Und Wir haben unseren ersten Sieg In der Nächsten Liga Erhalten Ich finde es gut So und ich würde mich freuen Wenn ihr wieder dabei sein würdet Nämlich im nächsten Teil Von Ultimate Team Von Immon615 Von Allem Was hier da ist Und nicht da ist Und Wir gucken auch natürlich nochmal zwischendurch Hier Und wir sehen Wir haben zwei Spieler Ich glaube es nicht Ich bin begeistert Aber sowas von Wir haben zwei Spieler gekauft Ich glaube den hätten wir auch günstiger kriegen können Ganz sicherlich Aber ganz ehrlich Wurst Das ist mir sowas von Wurst Denn wir haben zwei Spieler Jetzt haben wir schon mal zwei Jetzt fehlen aber noch einige Denn wie gesagt Also Aber zwei sind schon da Jawohl Zwei haben wir So und dann heißt es noch die anderen irgendwie holen Also eventuell Ich weiß nicht wie aber irgendwie kriegen wir sie schon Hier zum Beispiel den hier aber der hat fünf Minuten noch Und Was ich auch interessant finde Mal gucken wie nass Wie teuer Wie viel Geld du auf den Tisch legen musst Zu 11.000 Also ist jetzt nicht gerade wenig Vielleicht wird das im Laufe dieses Let's Plays ja noch ein bisschen anders Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Und ich möchte das aber gerne wissen Wahrscheinlich wird das echt im Laufe dieses Let's Play Vielleicht ziehen wir auch so welche Spieler Das wäre ja auch noch genial Wenn wir so einen Spieler ziehen würden Du dann wäre ich vollkommen begeistert Also der hat schon zwei Spiele gespielt Andersrum Ne warte mal Wir sind der zweite Besitzer So rum Und dasselbe gilt für ihn hier Das heißt wir sind der erste Besitzer Für beide Das ist super Das heißt es fehlen noch einige Aber nicht viele Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder Wenn ihr mögt schaltet ein Das ist ja eine Katastrophe Was für viele Spieler uns hier fehlen Naja was soll's Wir sehen uns Ciao ciao Aber warte Bevor ich ciao ciao sage Im nächsten Teil seht ihr gleich Am Anfang eine andere Aufstellung So jetzt aber Tschüss Bis zum nächsten Mal wieder